Was ist Public Relations? Nun, das deutsche Wort für Public Relations, übrigens kürzt man das ab mit PR, ist Öffentlichkeitsarbeit. Und was wiederum ist Öffentlichkeitsarbeit? Öffentlichkeitsarbeit sind Maßnahmen für ein positives Bild in der Öffentlichkeit. Ja, und da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Instrumenten, wie gezielte Pressearbeit und andere Dinge, Tag der offenen Tür und so etwas. Das sind alles dann die Instrumente. Insgesamt Maßnahmen für ein positives Bild in der Öffentlichkeit. Achtung, bitte auf die Feinheiten achten. Positives Bild. Ja, das heißt nicht unbedingt, dass das Unternehmen auch sich positiv im Sinne von gut verhält. Aber man kann mit diesen Instrumenten auch täuschenderweise ein positives Bild kreieren. Ja, Gott sei Dank haben wir heute mehr Zugang zu Informationen als früher und auch zu neutralen Informationen oder nicht gefilterten Informationen. Original Bildern, was manche Unternehmen da so tun. Und das ist so ein Gegengewicht. Denn oft haben Unternehmen ein positives Bild in der Öffentlichkeit. Und was sie tun, ist Tiere quälen und ich weiß nicht was alles. Ja, also das wollte ich nur so am Rande noch sagen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.